Was? Und schon groß. Mein Gott, das ist jetzt komplett voll da oder sowas. Ist trotzdem ganz schön. Wow. Gut, 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 gut. Gut, 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 gut. Gut, gut. Gut, gut, gut. Gut, gut, gut. Gut, gut. Gut, gut. Gerd, da ist's für dich. Das ist die Trettsport. Krass. Das ist die Trettsport-Tretts-Tretts-Tretts-Tretts-Tretts. Das ist die Trettsport-Tretts-Tretts-Tretts-Tretts-Tretts-Tretts-Tretts. Vielen Dank, dass Sie sich heute für die Deutsche Lufthansa und oder einen unserer Stalian-Partner entschieden haben. Wir hoffen, dass Ihnen dieser Flug mit uns gefallen hat und würden uns sehr freuen, Sie beide hier in einem unserer Flugzeuge begrüßen zu dürfen. Bis dahin, genießen Sie jetzt Ihre verbleibenden Tage hier in New York. Oder haben Sie eine angenehme und was noch wichtiger ist, eine sichere Weiterreise. Vielen lieben Dank nochmal. Tschüss, bleiben Sie uns gewogen. Auf Wiedersehen.